Bringt mir ein Hybrid zusätzliche Vorteile? Mal abgesehen von der ausgezeichneten Effizienz kommt man als Mitglied im Toyota Hybrid Club in den Genuss zahlreicher Vorteile. Zum Beispiel eine beeindruckende Beschleunigung und die Freiheit auch auf langen Strecken nicht an die Ladestation zu müssen. Und unsere niedrigen Emissionen bedeuten günstigere Kfz-Steuern. In manchen Ländern bestehen sogar Ausnahmeregelungen für Umweltzonen und Parkgebühren. Ach ja, und dank meines Elektromotors fühlt es sich bei niedrigen Geschwindigkeiten an, als würdest du auf einer Wolke schweben. Klingt das nach einem Club für dich?